Nein, wir machen es richtig geil. Regenbogen-Strecker. Den müsste ich über. Den müsste ich über. Marco, hast du eigentlich im Button geschrieben? Ja. Wegen was? Einfach mal Ja sagen. Zum Kind? Nein, ich habe ihn gratuliert. Dann hat er gefragt, wer schon wieder da überstellt kalten hat. Dann habe ich gesagt, na ja, weil es halt war, aber schreibe ich nicht. Ich halte den nicht gleich. Haben wir gemacht? Wir sind jetzt mit Regenbogen-Boulevard-Festwerk-Kracht. Wir mussten ja planen, ob er mit Discoit geht oder nicht. Ja, genau. Also ich habe ja gesagt, du hast uns eigentlich eher in dem Kontext, dass ich das halt gezeit hatte. Und das ist ja eine gute Ausrede. Oh, man. Du mitnimmst als Bombe. Ja. Rote. 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 Ich glaube, ich habe es kaputt. Ich gucke jetzt. Ach, ja. Die Dämmung. Dä, 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 dä. Boah, verdammt. So ein Stück in der Luft, du boah. Was, Alter? Proton. Hat der Marco wieder Glück gehabt, oder? Ja, ja. Ich bin da hinten. Überhabe, okay, doch. Ja, der kann voll hinten da. Fast hinten. Oh, man. Ich boah, wie ich dann immer schon auf die Minimaps schaue, ne? Ach, doch. Er warnt davon. Oh, die sind grüner, Alter. Man denkt immer, oh, grün wird scheiße, aber das ist die Stütze überhaupt. Das Schlimmste ist, man nimmt die grüne wahr. Man weiß, dass die Gegend werden. Warum lenkt man sich nicht in die andere? Die kommt eh egal, wohin sie nehmen. Ja, eh. Oh, ne, Gott, abriss. Ja, ne, es war ein bisschen nicht laut. Wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? Mit einem Bot etwa zweiter. Nach glücklicher Arsch. Nach glücklicher Arsch. LPC ist zweiter Platz. Und Inkling noch dritter. Oh mein Gott. Ah, ich bin Pieter. Sorry. Oh, jetzt muss der Deckel weg. Easy. Ich bin nicht der Cola-Deckel. Um Gottes Willen. Ich bin nicht der einzige Platz. Ja, aber das sind die Schlüssel. Ist das denn? Das ist ja nicht dein Platz. Ich bin zufrieden. Also, also, also Marco Mann bist du blöd Du hast auch immer deinen Verstand benutzen Komm ich muck die dann Scheidungsgrund Scheidungsgrund Marco so irgendwann so in 20 Jahren So voll voll gefressen Ich bin voll mit Schoki Ich kann nicht laufen Ich kann nicht laufen Oh Mann Hier magst du was mit Man wolle alles mitnehmen Was man hat Ja Mann Ein leichtes Aufstoßen Der scharfe Weg Kein Schaf Nicht klar E3 machen wir Wie war das Merzili-Grüne Kommen Aber ich kann nichts dagegen tun Ja Danke Ich hab's nur noch Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Dass ich grüner hatte So fast Ja Na Aber Marco Das sind halt Grüne Das muss man immer eigentlich Aber Es ist unbedingt Ja Boah Junge Wie viel Rode hat denn der Ich hab's gesehen Hier Man kann Das ganze Brenn verlaufen Man Richtig So Sitzung Bis Ich kann jetzt rücken Ey Ich komme unter die Räder Jetzt wird es Wörtlich Oder wird es Wörtlich Ja Wortwörtlich Sitzung Jedesmal wenn die Brau nach Hause kommt Nein Na Ne Dann kriege ich mit dem Leder Was ist denn Du gehst mit Leder. Nein, nein, war gut. Nicht mit Knienklatsche. Richtig. Die Rache war meins. Meins. Boah, diese Bombe. Gleich reich dir nur noch aus. Ja, wir fahren einfach nur drüber. Noch eine, Alter. Und jetzt endlich noch was Gutes. Gutes. Oh, Digger, Digger, Digger. Oh, shit. Macht Sinn, die Bombe nach vorne zu werfen. Oh, ich hab die rote abgeworfen. 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 Oh, der Mann ist wieder beschäftigt in, äh, ich hab beinahe gesagt, wer danskt, aber das ist ja was anderes mittlerweile. Almasra, Junge. Almasra, Almasra. Sorry, Almasra. Sorry, Almasra. Ich hab's voll vergessen. Sorry. Ich hab die rote abgeworfen. Ich hab die rote abgeworfen. Aber ich hab das auch gelogen gesehen. also grau sie ich wusste nicht dass seine freundin isis heißt weitergegönnt sie ist jesus und du und er so sagt es ist und was hat deren damit zu tun aber meint brezza meintest du nicht die die andere ist die andere ich habe gedacht die man sie ihr ist an ich bin im wartet zu machen hat er vollkommen recht alle wenn er kommt dann laufen Der Vorteil der Lieferstrecke ist, du kannst wirklich immer nur nach vorne ballern. Marco, hast du eine Glühle abbekommen? Schmeckt meine Bombe? Nein, ich hab sie nicht abbekommen. Boah, Junge, du bist dran vorbeigesegelt. Ich bin voll rein. Wie scheiße. Du redest, der ist ja wieder voll overpowered. Wie war die Bombe? War zwar nicht meine, aber... Boah, Junge. Minus 3. Minus 3. Du hast echt die Bock heute, ne? Jetzt haben wir beide keine Items bekommen, danke. Warte doch auf mich, Marcel, warte auf mir. Nein! Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Oh, Alter. Ui. Geht gar nicht richtig. Ich hab das liebere Eifeln. Ja, nice. Ich hab's gepiltert. Oh, nice. Und die dritte nimmt er mir auch noch. Ich wollte mich da nicht abverlangen. Letzte Ehre wurde auch nicht. Du Peder! Du Spender! ich tue was ich tue und das tue ich ganz gut ich bin nicht bescheuert und bin ich meine ich war dritter vom ziel und jetzt bin ich sechster das was ein richtiger mario kart moment linke hat sich voll was so nervig am ende der wollte mir noch eine bombe drücken dann müssen wir mit der zeit gehen oder es ist eigentlich sinnfrei aber hey das ist geil künstlerisches erscheinen ja aber ballerbahn hin zu werden besoffen geboren und besoffen gefeiert aber das ist ja einfach nur random marco wie war das mit links rum fahren ja nö, ich hab gar nicht ja, ja, ja wie wollen wir mal? ich bin aber vom falschen Charakter rein, stopp! rein, stopp! das mögen Charakter boah, Junge, ihr müsst am ersten Ladern fahren als andere was ist denn der super G? das ist das Problem ich glaube ich wollte nicht reichen, dass sie noch realistischer wirkt wenn es wirklich ein Kaderschläge gibt oder Bombeinschläge gibt das der Boden auch weggesprengt ist dass wir noch mehr Jobmöglichkeiten hast nein, da kam ja, das wird was die Spielfeld nochmal scheiße, nicht hart da hab ich selbst auf den Arsch gekriegt die Däven machen, Partner ich hab mir gedacht der wird wahrscheinlich jetzt in meine Richtung werfen ich schmeiß einfach meine deine Richtung sorry, ich hab das grad reingelabert naja, das wär schon eine Idee das war ja Kinderfrau ich mein, ist ja genauso wichtig das mit dem ich bin ja jetzt sicher wir wissen, dass er die die Atom-Explosion darstellt naja, eben ja, mach die Automatik ich hab einfach populär gut das ist ein Celebrity Deathmatch so mäßig genau, der Letzte der Letzte der Letzte der Letzte der Letzte der Letzte Marco hast du Glück gehabt, oder? ja ja also ich finde also ich finde allgemein Tendos zu stehen und allgemein schwer zu stehen ich guck mal die schmeißen die 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 genau in der Luft auch nein 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 jetzt gibt's die die also ich habe 60 punkte weil es mich schon wieder singen marco warst du schlecht